moin leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge faktorio ich muss gestehen ich habe schon ein bisschen was vorgearbeitet oh mein gott was ist denn hier los geht mir das mal ein bisschen was vorgearbeitet in sachen öl strom sieht auch ganz gut aus die akku akkumulatoren sind voll ja 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 das sieht alles sehr gut aus noch laufen die alle nicht aber es müsste jetzt schon ich habe jetzt wird es wieder weniger ich habe effekt verteiler an denen und drücke ich denn alles hier hier und hier schon mal verteilt geschwindigkeits modulen dasselbe möchte ich jetzt hier an diesem kleinen feld auch noch mal so hier habe ich schon welche reingetan noch mal kampfanzug 2 was ist ein automatisches abfall habe ich das mittlerweile warum habe ich das immer noch nicht ja den erforschen wir jetzt erstmal den kampfanzug mk2 wo sind die effekt verteiler da und hier setzen auch noch einen ran hallo der hat noch keinen strom aber das soll der kriegen daran soll das nicht scheitern nehmen wir halt so ein gott hier habe ich auch schon ölpumpen gesetzt also das war bevor ich alles mit dingern voll klatsche sollte ich vielleicht erst mal und wir bauen normale erst mal die ganzen rohre legen hallo wie viele effekte verteiler habe ich jetzt noch 27 so hier sind ja auch noch welche ja ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet möchte ich das mal nennen so hier oben werde ich eh nie wieder hinlaufen müssen denke ich mal eigentlich kann man auch alles mit den rohren machen ich habe da so viele von mit aber nur die großen wege brauchen wir über brücken habe ich habe ich aber kann ich machen das heißt er muss da rein der da rein der da rein wieso ist da schon öl drin punkt doch noch gar nichts so den hier runter sehr gut jetzt brauchen wir das immer möglichst viele abdecken hier 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 da hinten da 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 jetzt müssen wir uns nur noch um strom gleich kümmern und wenn wir denn nicht genug öl haben für immer weiß ich auch nicht weiter und und hier so habe ich zufällig habe ich nicht machen wir öltank strommasten so jetzt müssen wir das öl hier unten noch irgendwie rausholen von hier auch am besten daran und den daran schon ist das ding voll dann geht er hier unten raus und ja genau wie ich das hasse ok das war nun mein fail so viel zu weit ach wer hupt da draußen rum muss das sein am frühen nachmittag obwohl mittag müsste das eigentlich sein wie das öl ansteigt jetzt müsste auch hier bald alles mal wieder laufen ich habe hier schon extra eine pumpe reingesetzt damit das ja 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 so das heißt wir müssen jetzt hier auch wieder einiges an petroleum kriegen hoffe ich zumindest was ist denn wenn wir das bringt gar nichts das ding wird schneller leer als es folge das ist doch alles scheiße wieso was soll ich denn noch machen was soll ich denn noch machen mag mir das mal jemand erzählen wir bauen einfach mehr Effektverteiler bitte also öl wird auf jeden Fall mehr so es muss da viel mehr kunststoff kommen das schöne ist ja dass wir mittlerweile rote haben bis zum abwinken das ist nun wirklich das schöne was sagt der strom strom sieht auch super aus zumindest tagsüber haben wir schon dinge hallo lass mich doch bitte durch ok so sieht das doch ganz gut aus da muss einer hin da 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 und da das brauchen wir strom er muss da hin da hin da 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 und da ja 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 da ja wie ich jetzt noch schneller und mehr produzieren soll weiß ich nun wirklich nicht ich werde es erstmal mehr es wird mehr nein doch na 390 400 gleich bleiben ist natürlich auch nicht schlecht aber wie wird es denn hier aus 12 13 12 13 12 13 12 13 14 13 14 gehe ich noch 15 15 13 14 das wird es mir das auch wurscht das ist mir das auch wurscht das ist mir das auch wurscht das dass hier so viel zeug verballert wird das finde ich echt sagenhaft da fällt mir ein wir wollten verfolgen achso jetzt es ging ja nicht es ging ja nicht weil wegen wir konnten wir konnten keine sachen machen weil wir nicht genug rote hatten jetzt hat sich das blatt allerdings gewendet erst mal wir können jetzt versuchen wir können jetzt versuchen blaue im großen stil zu automatisieren aber wahrscheinlich wird dann eh wieder alles abkacken eh wieder alles abkacken das ist jetzt aber ein bisschen blöde gibt es denn hier keine andere möglichkeit die blauen runter zu snappen noch mal eine rote kiste filternder stapelgreifarm grüne platinen grüne platinen alle da rein die anderen mitkommen lauf kollege da rein ach das hört nicht auf na endlich na endlich läuft sehr gut wie lange ist die folge lange zeit haben wir nicht mehr so 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 und hier glaube es fließt man weiter jetzt brauchen wir das auto an der seite was willst du mir bringen man weiß es nicht auch auch natürlich sollten wir auch die roten Was brauchen wir für blaue? Äh, rote, grüne und, sag mal bin ich jetzt hier, und Schwefelsäure, ja, 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 rote. Äh, ich hab glaub ich Scheiße gebaut. Äh, äh, ähm. Äh, äh, ähm. So. Äh, äh. So. Blaues Fließband. Okay, 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 okay. Die Folge nähert sich dem Ende, aber das schaffen wir noch, obwohl wir müssen das Schwefelzeug hier noch hochheben. Schwefelsäure. Äh, äh. Läuft. Jetzt die Rohre runterlegen. Hallo? Hm. Die Rohre hochlegen. Schwefel haben wir hier schon, ne? Ne, das war Schmiermittel. Hier haben wir Schwefel. Das heißt, das könnte aber auch weg hier, zack, 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 zack. Wo ist das Rohr? Hallo? Da. Hm. Hier muss einmal noch und... Hier muss einmal noch und... Äh. Äh. Falsches Rohr. Ach Gott, doch kein Strom gesetzt. Hm. Ne, hallo? Haha, lol. Die grüne Platine ist mal weg. Sehr gut. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Alter. Euer Ernst. Vielleicht wollte ich gelbe Arme nehmen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Haut rein, bis dann und tschau.